Also, das nochmal. Ja, liebend gerne, liebend gerne. Funk Royale gibt sich nicht geschlagen, einfach so. Nein, er hat große Kartoffeln in seinen Garten, die holt er jetzt raus. Und dann? Macht er ein bisschen die Welt kaputt. Rums. Du weißt, ein bisschen reicht nicht, ne? Ein bisschen reicht nicht, müssen wir ein bisschen... Mhm, okay. Gut, war ein guter Gleichstand. Oh! Ja, das war gut. Jo, das gebe ich zu. Scheiße, gut. Okay, jetzt... Kannst du noch einen Unentschieden schaffen? Naja, nee, war es nicht. Nee. Dammit! Ich muss das vorher drücken, aber ich weiß nicht, wann genau vorher... Na, egal, ich krieg das jetzt hier raus. 200. Ja. Ja, das ist ein Kack. Wann genau muss man drücken? Ich krieg's noch nicht richtig... Ich hab's raus. Ich hab's raus! Ja, du spielst das auch zum hunderten Mal. Manu! Und Luigi ist hinten, wer ist denn noch alles hinten? Mario, Toad, Birdo ist... Birdo ist... Birdo ist... Ja. Wer ist denn diese Zwiebel da? Über Waddle... Rechts von dem Bombenwerfer, dieses... Pinke Ding. Über dem Augentypen. Über dem Auge. Ähm, das ist aus dem NES-Spiel. Ah. Das hat da die Elektrofähigkeit. Ah, okay. Jetzt gucken wir erstmal. Okay. Der war nicht gut. Hm. Na, alter. Okay. Verdammt! Und, und, und? Ey, es gibt's doch nicht einen! Okay, nochmal. Ah ja, gut. Jetzt. Ich muss jetzt aufholen. Fast. Damn it. Ah, der war... Doch. Nicht so. Bis auf den einen war der... Also echt. Komm, jetzt hör auf. Ey. Na. Alter! Echt, ich komm vorbei mit meinem Super Nintendo. Ich kauf mir das Spiel und dann machen wir das im Original. Das ist ja... Super Nintendo hab ich hier. Ich auch. Ne. Ne. Krieg ich hin. Ne. Du hast gewonnen. Ist ja auch okay. Jo. Es geht ja auch nur um das Zusammenspielen. Genau. Ja. Oder willst du noch ne Runde? Ich schaff das? Nö, ich schaff das gerne, aber ich schaff das nicht. Ich kann jetzt schon sagen, ich werde das verlieren. Also da hab ich keine Chance vorher zu berechnen, dass ich vorher drücken muss. Und das auf keinen Fall. Das Samurai Kirby gegen dich ist das Unfairste, was es gibt. Das ist... Nicht nett von dir. Das war echt Glück. Ja, zweimal hintereinander, willst du mir sagen, ja? Ja. Ich hab doch gehört, wie du die Taste gedrückt hast. Und auf einmal kam auf meinen Bildschirm, du hast gewonnen. Und dann dachte ich mir, was? Ich hab noch nix gesehen. Was soll das? So. Äh, das wär's, oder? Schon. Ja. Ich würd sagen, ja. Ja. Okay, wir hätten auch noch Gundam Wing Endless Duel gegeneinander. Willst du? Mhm. Also ich hätte nix dagegen. Dann brauche ich gleich aber nochmal... Wobei, das machen wir gleich. Ja. Ich hab jetzt erstmal ein Problem. Wieso? Wir können das Nächste nicht vorstellen. Ich kann das Nächste nicht vorstellen. Weil? Wir es nicht haben. Was ist denn das Nächste? Das da rechts. Na, du musst auch die Offense machen. Die Offensiv da. Das in der Mitte. Ach ja, die hab ich ja noch nicht ausgenommen. Genau. Jupp. Gut, also wenn ihr das hier seht, dann ist die Offensive schon gemacht. Und dann kommt beim nächsten Mal Milky Way Wishes. Yeah! Mit Tracks 024? Jupp, ist richtig. Ist richtig. Ist richtig. Okay. Ja, dann würde ich sagen... Ich bin der Mero. Ich bin Frank Royale. Bis zum nächsten Mal. Over and out. Krrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Vielen Dank.